Unser nächster Redner, Mohamed, möchte kurz etwas zum ersten Beitrag mitbekommen. Bitte schön, danke dir, danke dir. Hallo und schon einen guten Abend. Ich möchte gerne euch beglückwünschen, dass ihr mitmacht vor Frieden. Möchte ich aber herzlich bitten, dass man nicht gegen Islam oder Christentum oder Judentum oder Buddhismus oder irgendwas hier das Frieden, Umgebung nutzen, um die Leute gegeneinander sozusagen zu hetzen. Wenn wir reden über Mädchen in Afrika, das ist auch legitim, sollte man aber auch schauen, was passiert in vielen europäischen Ländern vor unseren Nasen, wie viele Jugendliche und Kinder werden von deren Eltern mit Gewalt weggerissen und andere Eltern oder andere Familien zum Adoption freigegeben vor unseren Nasen, mehr als im Zweiten Weltkrieg. Islamisierung oder Christianisierung oder Judentum und solche Sachen, das hilft nicht zum Frieden stiften. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank, danke schön.